Hallo und herzlich willkommen bei diesem Ausschnitt aus dem Programm von EchtgeldTV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Bitte beachtet, dass wir in unseren Sendungen keine Empfehlungen aussprechen, keine Anlageberatung betreiben und auch keinerlei Hinweise für die Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Diese und weitere Hinweise findest du in unserem Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite von www.echtgeld.tv. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, bei mir wesentlich besser in der Vorbereitung angekommen und von daher bin ich da sehr dankbar, dass ihr euch das gewünscht habt, kam die Verbund, ein österreichisches Unternehmen, was... Wenn es ein amerikanisches Unternehmen gewesen wäre, wäre es bei dir gar nicht so gut angekommen. Was auch daran liegt, Verbund hat wunderschöne Bilder. Ja, also ohne Witz, das ist... Also daran sieht man sogar du, Mr. I look into the numbers, Mr. die Bewertung ist zu hoch, bist empfänglich für Narrative in fotografischer Form. Ja, ja, also das ist hier in der Tat eine Sache, wo man auf den ersten Blick dann eben auch den Eindruck hat, dass das Unternehmen günstig bewertet ist, wo man dann eben dummerweise auch noch zur Kenntnis nehmen muss, dass diese günstig erscheinende Bewertung eben auf einer zurückliegenden Zeit beruht, nämlich auf dem Jahr 23. Und da ist das Unternehmen aus der Ist-Betrachtung wirklich schön bewertet. Der Aktienkurs ist ein bisschen zurückgekommen. In der Historie war es eben ein KGV von 13, aber nun geht der Gewinn in den nächsten Jahren zurück, denn das Unternehmen hat sehr, sehr massiv von den hohen Energiepreisen profitiert. Und das muss man ja und darf man auch an der Stelle mal erwähnen, sie haben es auch relativ clever gemacht, denn sie haben auch wirklich den Strom zu bestimmten Preisen einfach mal verkauft. Das hat bis 23 gewirkt. Sie haben den 23er Strom in 21 und 22 verkauft, ja, also als die Märkte freigedreht haben. Total geil. Das muss man sagen, spricht für das Management, kann man immer sagen, naja, ist irgendwie ein Glückstreffer. Ja, aber du musst ja erstmal landen. Diesen Wind for Profit, dass du in einer solchen Extremsituation auch den Mut hast, deine Produktion auf Termin zu verkaufen, ist ja auch eine ganz bewusste strategische Entscheidung, dass man sich da klar positioniert. Alle Achtung. So, aber zunächst mal, also Verbund, was haben wir da? 1947 durch ein Verstaatlichungsgesetz gegründet und heute der führende Stromerzeuger in unserem und bei unserem Lieblingsnachbarn in Österreich. Was auch zur Folge hat, dass der österreichische Staat mit 51 Prozent am Kapital beteiligt ist. Dazu kommen dann auch andere Versorger, die auch mit 30 Prozent nochmal beteiligt sind, was nichts anderes heißt, als dass die freien Investoren und der Streubesitz eben bei unter 20 Prozent liegen. Also die haben auf Deutsch gesagt, nichts zu sagen. Denn die Mehrheit der Republik Österreich sowie der Wiener Stadtwerke und EVN, die zusammen agieren, reicht sogar für satzungsändernde Bestimmungen und Kapitalbeschlüsse. Ja, also das stimmt. Mit 20 Prozent hat man da nicht so viel zu melden. Und das ist ja dummerweise etwas, was sich in Deutschland auch so anfängt durchzusetzen, weil hier ist es mittlerweile auch so, dass man Hauptversammlungen mitunter nichts zu melden hat. Auch wenn man so im Bereich von 20 Prozent der Stimmrechte verfügt, dann kann es auch mitunter so werden, dass man eben trotzdem nichts zu melden hat und keinerlei Einflussnahmemöglichkeit hat, obwohl man an der Gesellschaft beteiligt ist. Hier ist es auf jeden Fall so, kommen wir zurück nach Österreich, kommen wir zurück zur Verbund, dass das Unternehmen gut geführt wird. Und was sie eben in der Tat auch mal, Christian, hat auf die Bilder schon hingewiesen. Also das ist so ein bisschen so, dass man, wenn man auf die Website geht, man eben auch in anderer Form, als man es bei der Enkabes früher getan hat oder wahrscheinlich immer noch tut, weil das Faktenbuch von Enkabes ist immer noch etwas Lesenswertes. Hier bekommt man sehr, sehr viele Bilder einfach auch mal präsentiert, was man da für, wie man Strom produziert. Und es wird beispielsweise dann darauf eingegangen, wie eigentlich so eine Lauf, so eine sogenannte Laufkraftwerke, also die einfach über einen Fluss quasi gelegt werden, aussehen. Also die den Höhenunterschied eines Flusses ausnutzen. Genau, und die Fließgeschwindigkeit ansonsten eben auch einfach. Also das hast du ja damit bei. Dann hast du Pumpspeicherkraftwerke, was dann schon faszinierend ist. Sozusagen die größte Batterie der Welt. Ja, also das ist total geil, weil die haben eben in Österreich eben auch genug Möglichkeiten, da Stauseen dann immer wieder im Grunde genommen abzupumpen. Und das Wasser dann, wenn sie irgendwelche Energieüberschüsse haben, auch wieder nach oben zu pumpen, wird auf der Website gut erklärt. Und Verbund gibt dann eben auch an, wo man auch hinfahren kann, damit man sich das alles mal ein bisschen genauer angucken kann. Also das finde ich ganz gut. Speicherkraftwerke. Speicherkraftwerke ist eben das klassische Staudammgeschäft, nach dem Motto, da läuft irgendwo dann von oben Wasser rein. Und wenn man Energie braucht, macht man den Hahn auf, dann geht das Wasser ab. Und klar, diese Speicherkraftwerke werden normalerweise gespeist durch Gletscherwasser. Und da ist ja nun gerade so ein Ding, dass das in Zukunft offensichtlich knapper wird. Denn wer in letzter Zeit mal irgendwie auf einem Berg beispielsweise der Zugspitze war, der nimmt da schon irgendwie wahr, dass sich wahrscheinlich da etwas in der letzten Zeit geändert hat. Weil man sieht sehr, sehr viel Gestein, man sieht sehr, sehr wenig Schnee. Und wenn kein Schnee da ist, kann der auch nicht schmelzen. Und wenn kein Schnee schmilzt, werden diese Dinger auch nicht klar. Und wenn dann irgendwie mal was schmilzt, dann sieht es irgendwie so aus wie ein Zermatt kürzlich, wo dann auf einmal die halbe Innenstadt überflutet wird. Also das ist ein bisschen eine gewisse Problematik. Aber Christian, dem begegnet Verbund ja auch dadurch, dass sie in anderen, nämlich in den regenerativen Bereichen, anfangen, A, also nicht nur anfangen, die sind da schon ein bisschen weiter als beim Anfang, A zu investieren und B, das nach oben zu fahren. Naja, sie sind da noch ganz am Anfang. Also Wasserkraft ist momentan noch bei 92 Prozent im Portfolio. Das heißt für Wind und Photovoltaik und alles, was es sonst noch so gibt und wo man investieren will, haben wir momentan 8 Prozent. Und das möchte man bis zum Ende des Jahrzehnts auf 20 bis 25 Prozent erhöhen. Das ist ein ordentliches Vorhaben. Aber wenn man sich anschaut, wie so die Pipeline aussieht, was man auch an Projekten jetzt schon unter Dach und Fach gebracht hat, dann ist das durchaus realistisch. Und das Schöne ist, man kann sich das sogar leisten. Denn anders als viele Versorger ist man finanziell nicht auf Kante genäht, sondern, ach, ich muss es einfach sagen, so weitgehend finanziell frei. Ja, also die Netto-Schulden liegen bei 1,13 Milliarden Euro bei einem EBITDA, das dieses Jahr so 2,8 bis 3,3 Milliarden betragen soll. Also das heißt etwa ein Drittel des diesjährigen EBITDA als Gesamtschulden. Also da kann man auch schon mal noch investieren. Und sie haben auch einen ganz guten Zugang zu Kapital, haben gerade 500 Millionen Euro sich besorgt über einen sogenannten Green Bond, also eine grüne Anleihe zu 3,25 Prozent für sieben Jahre, die sie allerdings nicht verwenden werden, um jetzt in Wind oder in Photovoltaik oder in Wasserkraft zu investieren, sondern sie haben nämlich noch ein anderes Geschäftsmodell mit dabei. Zu Verbund gehört auch APG, Austrian Power Grid. Das sind die österreichischen Stromtrassen, 3.400 Kilometer, die den Strom im Land verteilen zu den regionalen Verteilnetzen dann. Und da muss man wirklich sagen, tu Felix Austria, du glückliches Österreich, die haben das tatsächlich hier in einer Gesellschaft konzentriert, die dann auch unter staatlicher Kontrolle, staatlicher Entwicklung ist. Und das hat ja auch alles recht nachhaltig und sehr gut funktioniert. Und das ist eben ein großer Unterschied zu dem Land, in dem man sich die dümmste Energiepolitik der Welt leistet, genannt Deutschland. Denn damals, als die Liberalisierung der Strommärkte in den Nullerjahren das große Thema war, als E.ON, Vattenfall, E.ON, EnBW und RWE ihre Höchstspannungsnetze abgeben mussten, da hat man es versäumt, das alles zu konsolidieren, sondern es sind weiterhin vier Gesellschaften daraus entstanden. Die größte, die die Stromtrassen von der Nordsee bis nach Bayern betreibt, die ist zu 100 Prozent in niederländischem Besitz an den Versorger Tenet gegangen. Der Bund ist gerade dabei gescheitert, das zurückzukaufen. Der baden-württembergische Finanzminister, der Daniel Bayers, der ja auch schon bei uns in der Sendung zu Gast war, hat gesagt, na, es wäre doch eigentlich sinnvoll, das Ganze in einer deutschen Netz-AG zu konsolidieren. Ja, der Vorschlag kommt leider 15 Jahre zu spät. Das hat man damals versäumt. Die Österreicher haben es besser gemacht. Und dieses Netz ist auf jeden Fall ein Asset auch für Verbund. Und gleichzeitig aber etwas, wo man auch Geld reinstecken muss, damit das eben zukunftssicher ist, wenn auch künftig mehr Strom aus anderen Energiequellen, namentlich Wind und PV, dort eingespeist werden soll. Naja, und auch die Österreicher haben natürlich dieses Thema in der Tat, dass dann eben der Strom vor allen Dingen auch transportiert werden muss, weil er aus den Gebieten, wo er dann eben produziert wird, eingespeist werden muss, damit auch in Wien die Autos mit Strom beispielsweise betankt werden können. Und da muss eben ein bisschen mehr durch die Leitung durch. Und da ist es vielleicht ganz schön, wenn irgendwie so ein Bundesland im Süden, sagen wir mal hier, Kärnten, nicht querschießen kann, wie ein anderes Bundesland bei uns im Süden genannt, Bayern. Ja, da ist Verbund übrigens auch schon aktiv. 21 Kraftwerke haben sie in Bayern und sind auch dort wirklich in der Stromlieferung voll eingebunden. Also ein bisschen profitieren die Bayern auch von ihren Nachbarn. Ich finde immer wieder, es ist schon ein tolles Land, dieses Österreich. Also die machen, man hat ganz oft den Eindruck, dass die eine ganze Menge richtig machen. Also man hat ein sofortiges Wohlfühlgefühl. Immer wenn ich da bin, fühle ich mich sofort wohl. Es ist das Thema, was wir jetzt hier haben mit dem Stromnetz, wo sie was richtig machen. Wenn man da mit der Bahn fährt, dann reibt man sich wirklich verwundert die Augen, mit welcher Qualität da auch Züge unterwegs sind. Wobei mir einer von euch ja kürzlich dann auch noch mitgeteilt hat, bei einer Instagram-Story von mir, dass ich offenbar auch das Glück hatte, mit dem neuesten Zug gerade unterwegs gewesen zu sein. Gut, das ist dann eben auch mal ganz schön. Aber es ist schon irgendwie ein echt tolles Land. Aber jetzt haben wir so viel über Narrative gesprochen, über Geschäftsmodelle. Du warst noch gar nicht bei deinem Lieblingsthema. Bewertung. Erzähl. Du hast mir irgendwann kurzfristig gesagt so, ja, ist doch recht günstig. Und da habe ich gedacht, okay, ist jetzt doch recht günstig. Das interessiert mich jetzt. Da will ich mehr wissen. Ja, der Punkt ist eben, ich gucke ja dann auch ganz gerne so auf die Schätzung. Und die sind jetzt eben gerade so, dass sie für 24 und für 25 dann eben auch eine rücklaufende Tendenz haben. Ein ernsthafter 26er bei dem Thema kann ich noch nicht so richtig nehmen. Aber von daher scheint es eben einfach so zu sein, dass da durchaus auch noch ein bisschen Luft drin ist auf dem Bewertungsfad. Nochmal, auf der Betrachtungsebene des 23er-Gewinns und des aktuellen Kurses ist alles super. Wir können ja nicht auf dem 23er. Genau. Wir haben ja schon gesehen, die Zahlen fürs Q1 liegen ja auf dem Tisch. Und im Q1 24 gab es beim Umsatz ein Minus von 38 Prozent gegenüber dem noch am Terminmarkt abgesicherten Jahr 2023 und beim Free Cash Flow Minus von 41 Prozent. Wir blenden im Video die Zahlen übrigens ein, aber das haben wir dann eben nicht in die Unterlagen mit reingepackt, aber ihr seht es. Aber das ist auch übrigens schon mal so ein Signal an diejenigen, die sagen, ach Mensch, das ist ja eine tolle Dividendenrendite bei der Verbund. Vorsicht, ja, es gab zuletzt 3,40 Euro reguläre Dividende plus 75 Cent Bonus noch drauf, weil es so gut gelaufen ist. Ja, und das sieht dann insgesamt nach 5,5 Prozent Dividendenrendite aus und dann heißt es gleich, Juppa, die. Aber Freunde, zwei Sachen bitte berücksichtigen. Erstens, die Erträge werden zurückgehen und wenn wir 40 Prozent Minus beim Free Cash Flow haben, dann können wir auch sagen, naja, 40 Prozent Minus bei der Dividende irgendwie so. Also statt 3,40 Euro würde ich mal eher sagen, 2 Euro sind realistisch für dieses Jahr, für den nächsten Dividendentermin. Darüber hinaus in Österreich die Quellensteuer, die man nicht irgendwie mit Vorabbefreiung entlasten kann, sondern das muss man sich dann hinterher wiederholen oder man hat halt eine deutlich höhere Steuerbelastung am Ende. Also da nicht einfach so auf die Dividende schielen und wenn wir jetzt einfach mal die Guidance des Unternehmens für dieses Jahr nehmen, was das EBDA angeht, dann haben wir einen relativ breiten Korridor von 2,8 bis 3,3 Milliarden. Wenn wir dagegenstellen, den Unternehmenswert, also Börsenwert plus das bisschen an Schulden, sind wir bei 28 Milliarden, kommen also irgendwie da in einen Bereich von 10 mal EBDA. Das ist jetzt nicht super teuer, aber eine Iberdrola ist deutlich günstiger und ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, dass wir bei einer Verbund auch aufgrund dieses engen Marktes nur 20 Prozent Streubesitz bei einem Unternehmen, das ja jetzt eben nur 28 Milliarden Euro Börsenwert hat, dass wir aufgrund dieser Situation auch so einen gewissen ESG-Aufschlag sehen. Also wenn du in eine wirklich 100 Prozent saubere Aktie im Kraftwerksbereich investieren willst, dann steht die Verbund eben ganz oben. Es ist ein rechtssicherer Raum mit Österreich und das Geschäftsmodell ist nicht irgendwie infiziert durch irgendetwas, was man jetzt ESG-mäßig gar nicht mag, wie beispielsweise bei einer Iberdrola und bei einer NextEra Energy Atom, was bei manchen Investoren, die nachhaltig anlegen, eben zum Ausschluss führt. Ja und deswegen ist man leider, also es wäre normalerweise jetzt eigentlich so ein Punkt, wo man mal sagen könnte, das ist ein Unternehmen, was man sich jetzt und was wir in der Sendung eigentlich ganz gerne kaufen würden, aber in der Tat ist es dann eben so, wenn man diese Sachen mit berücksichtigt, dann mag ja der Aufschlag grundsätzlich vom Markt so bewertet sein, aber im Grunde genommen wünscht man sich da eigentlich schon, dass man das Unternehmen in der Tat noch so im Bereich 10, 20 Prozent günstiger bekommt und das wäre so im Bereich einer 65 und ich werde mir jetzt mal nach der Sendung bei Scalable dann den entsprechenden Kursalarm anlegen, dass ich das zumindest mitbekomme und darauf hingewiesen werde, wenn wir auf diesem Niveau angekommen sind, ankommen sollten. Wir hoffen, dir hat dieser kurze Einblick bei EchtgeldTV gefallen. Mehr gibt es regelmäßig auf unserem YouTube-Kanal oder im Podcast-Player Deines Vertrauens. Auf unserer Internetseite www.echtgeld.tv kannst du dich für unsere Newsletter anmelden. Damit verpasst du dann garantiert nichts mehr und kannst außerdem an der Gestaltung des Programms teilnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei EchtgeldTV.